Sind noch andere Juden unter euch? Antwortet! Du! Willst du vielleicht kein Jude sein? Wie heißt du? Pierre de Laudière. Du wirst dich erst mal an die Wand stellen. Kommen Sie zu mir. Verlesen Sie die Namen. Willups, bereiten Sie sich. Abadie, Jean-Michel. Aschard, Bruno. Daigoyon, Emmanuel. Dami, Dominic. Andréu, Thierry. Glaubst du, die nehmen uns jetzt mit? Wir haben noch nichts gemacht. Anglade, Bernhard. Fabinot, Jean-François. De Beaumont, Patrick. Dr. Müller. Was ist mit den Mädchen? Haben Sie in der Kirche gefunden? Sie sind in der Kirche gewesen. Sie waren nur so leicht, wenn man die Sonntag ist. Bringen Sie sie nach Hause. Dieser Soldat tut seine Pflicht. Er hatte Befehl, jeden festzunehmen, der aus der Kirche kommt. Disziplin. Das ist die Stärke unserer deutschen Soldaten. Das ist es, was euch Franzosen fehlt. Disziplin. Wir sind nicht eure Feinde. Ihr solltet uns dabei helfen, Frankreich von diesen Fremden zu säubern. Den Juden. Fahren Sie fort. Bernhard, Lambert, Alain. De Bigon, Gottfried. Castillon, Gérard. Auf Wiedersehen, Pater Jean. Auf Wiedersehen, Pater Jean. Auf Wiedersehen, Pater Jean. Auf Wiedersehen, Kinder. Bis bald. Auf Wiedersehen, Pater Jean. 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 Bonnet, Negus und Dupré sind in Auschwitz umgekommen. Pater Jean im Lager von Mauthausen. Die Schule blieb bis Oktober 1944 geschlossen. Mehr als 40 Jahre sind seither vergangen. Aber solange ich lebe, werde ich mich an jeden Augenblick dieses Januar morgens erinnern. Die Schule blieb bis Oktober 1944 geschlossen. 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 Untertitelung. BR 2018